Bayern 2. 1 zu 1. Der Talk mit Stefan Paresius. Grüß Sie, mein Gast heute ist Ralf Metzenmacher. Herr Metzenmacher, haben Sie als Künstler ein Lieblingsbild? Hallo Herr Paresius, ja. Oh, es gibt da sehr viele, aber es gibt einen ganz besonderes, das heißt Ricordo di Tivoli von Anselm Feuerbach ist das. 1 zu 1. Der Talk. Zu Gast bei Stefan Paresius. Ralf Metzenmacher, Pinsel-Artist. Schön, dass Sie da sind. So ein ganz altes Bild ist das, das Sie am meisten begeistern? Ja, so 140 Jahre ist das alt, aber es gibt natürlich auch moderne, aber gerade auf dieses Bild bin ich in der Berliner Nationalgalerie gestoßen, in der alten. Und es hat mich fast aus den Schuhen gehauen, weil es so unglaublich einfach aussieht, sage ich jetzt mal, so eine romantische Szenerie und das Gegenteil ist aber der Fall. Es ist nämlich gar nicht romantisch, sondern es ist sehr auf den Punkt und spiegelt etwas, womit ich mich auch sehr lange beschäftigt habe, und zwar die Unterschiedlichkeit. Wenn Sie vor so einem alten Meister stehen, erstarrt man dann als Maler schon mal vor Ehrfurcht und sagt, oh Gott, das könnte ich nie. Erstarren nicht, aber Bewunderung natürlich. Und was ja faszinierend ist, wie aus einer Fläche ein dreidimensionaler Raum dann wird. Und gerade so wie ich also fantastischen Realismus mache, ist Dreidimensionalität halt ganz wichtig. Und da ziehe ich natürlich meinen Hut. Sie nennen sich aber ja auch gar nicht Maler, sondern Pinsel-Artist. Wieso das? Ja, das ist meine Berufsbezeichnung, weil ich bin eigentlich nicht Maler, sondern ich bin etwas wie so ein Philosoph und ich versuche, gefühlte oder unaussprechbare Realitäten oder Wahrheiten zu bebildern. Und das ist so wie, wenn man ein Akrobat oder ein Artist im Zirkus oder Charlie Chaplin zum Beispiel, der hat halt einen Spiegel auf die Realitäten gemacht. Und in seinem Fall macht er das mit Humor. Und in meinem Fall mache ich das halt mit Pinsel und Farbe. Und das hilft mir sozusagen eigentlich, dass kein Marketing oder so, sondern es ist eine echte Berufsbezeichnung. Und wenn man das ernst nimmt, glaube ich, kommt man auch zum ähnlichen Ergebnis. Ja, aber schon Marketing auch. Also Sie haben sich den Pinsel-Artisten direkt als Marke schützen lassen? Ja, ja. Ich komme ja aus einer Markenwelt. Ich habe ja lange bei Puma da Erfahrungen sammeln können. Und die Ernsthaftigkeit kann man an der Stelle natürlich dann sofort spüren und auch sehen. Kann man denn tatsächlich seine Kreativität beim Design von einem Massensportartikel tatsächlich genauso ausleben, wie wenn man vor einer leeren Leinwand steht? Es gibt natürlich Unterschiede. Also das Design hat ja eine Zielrichtung in Richtung Kundenorientierung, Lebenswelten, Schönheit und Formen und sowas alles und Wiederholbarkeit. Und in der Kunst ist es natürlich ganz anders. Also in der Kunst gilt ja vor allen Dingen die Freiheit und dass quasi so das Innerste nach außen kommen sollte und man sich die Freiheiten nehmen darf. Ja, sogar ganz schreckliche Sachen auch zu machen, wenn man das möchte. Aber Sie hatten doch bei Puma auch alle Freiheiten, oder? Ich hatte bei Puma, ja, Gott sei Dank auch alle Freiheiten. Und das Schöne bei Puma war halt, dass es so ganz klein war, als ich angefangen habe. Und es war mein erster Job nach dem Studium. Und ich war kaum sechs Monate da, wurden die Hälfte der Leute damals entlassen, 1991 oder 92, das war die Wende dann so. Und wir waren in Herzogau auch tatsächlich nur 98 Leute. Und die Kleinheit führte natürlich dazu, dass es niemanden gab, der einem irgendwas abnehmen konnte, sondern man musste alles wirklich selbst machen. Und das war ganz toll. Da konnte man natürlich ganz viel lernen. Und als junger Mensch hat man ja auch erstmal gar keine Ahnung, wie eine Firma funktioniert, was gemacht werden muss und, und, und. Und so konnte ich quasi nicht nur mein Produktdesign machen, sondern auch natürlich herausfinden, wie so eine Firma funktioniert. Also über die Zeit bei Puma reden wir natürlich nachher noch ausführlich. Wenn man so Sportartikel entwickelt, Sie haben gerade schon gesagt, der Unterschied zwischen Design und Kunst. Aber die Botschaft dieser Sportartikel ist ja vor allen Dingen wahrscheinlich die, kauf mich. Na, vor allen Dingen eine funktionelle. Also so, ich würde sagen, im Vordergrund steht natürlich eine Funktion, weil die Aufgabe wäre ja, jetzt im Bereich Fußball, dass man einen Fußballschuh kreiert, der einem hilft, der einen unterstützt, der sozusagen leicht und komfortabel ist oder Stabilität bietet. Oder wie, wenn man ganz schnelle Spieler hat, dann halt auch das unterstützen würden. Aber trotzdem, die Botschaft, kauf mich am Ende. Also nicht nur die Funktionalität. Am Ende ist natürlich der Kommerz und daran wird sie auch gemessen, natürlich. Welche Botschaft haben heute Ihre Bilder? Die Botschaft ist eine Erkenntnis für die Betrachter. Und im Grunde genommen ist das Museal. Und was ich ja gemacht habe, ich habe eine Bild- und Formensprache erfunden und dazu bräuchte man immer erst eine Einführung. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber das, was man sieht, ist gar nicht das, was es oft ist. Und deswegen gibt es da so eine kleine Hürde immer. Aber das ist natürlich bei ganz vielen Dingen, die neu sind sowieso. Eigentlich, das ist ja der Ursprung des Neuen auch. Es ist schwierig, Bilder im Radio zu zeigen und auch über Bilder im Radio zu reden. Deswegen haben wir ein paar von den Stücken auf unserer Homepage, bayern2.de. Wenn Sie dazu 1 zu 1 der Talk klicken, dann wissen Sie auch, worüber wir reden und können sich das anschauen. Tun Sie das doch. 1 zu 1 der Talk mit Ralf Metzenmacher. Was macht eigentlich mehr Spaß, Herr Metzenmacher? Fußballspielen oder Fußballdesignen? Ich konnte mir früher ein Leben ohne Fußballspielen nicht vorstellen. Ich habe leidenschaftlich sehr gerne auch, ich glaube, 28 Jahre oder über 28 Jahre Fußball gespielt. Und das Design kam dann dazu. Und das war natürlich die Erfahrung, die ich vorher gesammelt hatte. Hat mir dann hinterher natürlich ganz toll geholfen, auch dann Bälle zu kreieren. Weil da geht es ja auch um Konstruktion, also nicht nur um Design, sondern auch tatsächlich, wie Bälle aufgebaut sind und wie man Geschwindigkeit erzielen kann und sowas alles. Aber eigentlich wollten Sie schon Profifußballer werden. Genau, das war mein Kindheitstraum. Und ich bin ja dann auch Profi geworden. Ich war dann zwar nicht selbst auf dem Feld, aber Produkte von mir waren dann auf dem Feld. Also, Sie haben es in WM-Finales geschafft wahrscheinlich. Aber dann kam relativ bald schon ein anderer Berufswunsch. Ja, ich habe auch immer gemalt und gezeichnet. Und die Zeit, wenn man zur Schule geht und Fußball spielt, dann bleibt natürlich nicht viel. Aber dieses Zeichnen und Malen war schon immer meins gewesen auch. Und gerade wenn es so Langeweile kam, habe ich mich immer hingesetzt und habe angefangen, einfach zu zeichnen. Aber ich konnte mir natürlich nie vorstellen, dass man da einen Beruf draus machen könnte. Fußballer, das konnte ich sehen. Fußballer, ja klar. Alemannia Aachen, oder? Alemannia Aachen, ach ja. Das war schon als ganz kleines Kind, bin ich da mit meinem Großvater hingegangen auf ein Tivoli in Aachen. Ja. Also, ich meine gut, Fußballer ist jetzt nicht so ungewöhnlich für das Berufswunsch. Aber Künstler ja dann eigentlich schon, gerade wenn es so früh kommt. Gab es da irgendwelche in der Familie, irgendwelche Vorgeschichten, Vorbilder? Nee, eher nicht. Eher das Gegenteil. Sondern ich kam aus einer Technikerfamilie. Mein Vater war Ingenieur für Heizungs- und Lüftungstechnik. Und er wollte unbedingt, dass ich Maschinenbaue oder Versorgungstechnik oder sowas studiere. Und der hatte mich gefragt, mit 15, was ich dann werden wollte, ob ich zur Schule gehen möchte weiter. Ich hatte gerade meinen Realschulabschluss. Und ich so, nee, Schule auf keinen Fall. Ich will irgendwas anders machen. Und dann sagt er so, ja, was willst du denn da machen? Und ich so, viel Geld, wenig Arbeit. Und der lacht sich kaputt. Sagt er so, das kannst du vergessen. Also bloß keine Schule mehr? Genau. Und das weiß ich, warum ich das gesagt habe, weiß ich auch nicht. Es kam aus dem Innersten raus. Und dann stand die große Frage, ja, und da musst du halt irgendwas machen, natürlich. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Mein Vater sagte immer, ich bin zu doof, um einen Nagel in eine Wand zu hauen, ohne den Hammer kaputt zu machen. Und da habe ich gedacht, puh, ja. Und dann hat er mir vorgeschlagen, ich könnte ja eine Schlosserlehre irgendwo machen als Blechschlosser. Und ich, keine Ahnung, habe ich gesagt, gehe ich da hin. Ich probiere mein Glück und versuche es mal. Und das war tatsächlich ganz, ganz toll. Ich habe ganz viel lernen können mit sehr coolen Jungs, die ich dort angetroffen habe. Und ich war halt gerade 16. Und während dieser Ausbildung, das war eine ganz große Firma und ich kam also in ganz viele Abteilungen, habe ganz viele Techniken gelernt, Abkantenschweißen und alles, was so dazu gehörte. Da waren dann aber immer die ganzen Ingenieure und die Einkäufer oder Verkäufer, die mit den Kunden durch die Gänge gingen. Und ich stand immer im Blaumann mit einem dicken Sicherheitsschuh hinter dem Vorhang und habe die da vorbeigehen sehen und habe immer gedacht, Ralf, du stehst hier irgendwie auf der falschen Seite. Ich glaube, du musst nochmal zur Schule gehen und musst irgendwie was anders machen. Damit es dann auch klappt, irgendwann mal mit dem viel Geld, wenig Arbeit. Ja, den Schuh hatte ich mir dann ausgezogen. Das wusste ich sowieso, das kann nicht sein. Dann hast du also Abi noch gemacht? Dann habe ich Fachabitur gemacht und das war mein großes, großes Glück. Und zwar unser Betriebslehrer in der Firma, der war der Schuldirektor der Fachoberschule für Gestaltung. Und der machte das als Übung für sich, sodass er noch lehren kann, also sodass er nicht einrostet. Und ich habe, weil mich das relativ langweilte, weil mir das so einfach fiel, der ganze Unterrichtsstoff, habe ich immer gezeichnet. Und dann kam der auf mich zu und sagte, hör mal, was machst du denn da die ganze Zeit? Und ich so, ich zeichne und mal und so. Und er so, machst du das denn richtig? Sag ich, ja, ich habe zu Hause ganz viele. Sag ich, bring die doch mal mit. Dann habe ich die Sachen mitgebracht, er hat sich das angeguckt. Und dann sagt er zu mir, was willst du denn mal werden? Und ich so, ja, mein Vater will, dass ich irgendwas Technisches werde. Und er so, willst du weiter zur Schule? Komm doch zu mir an die Fachoberschule. Und ich so, wie zu Ihnen? Er sagt, ich bin der Direktor. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ich sollte dann mit meinem Vater sprechen, der konnte sich das gar nicht vorstellen. Und dann sind wir zusammen zur Schule gefahren, nachmittags irgendwann. Und da war tatsächlich der Herr Herbst, so hieß er, da bin ich ihm auch sehr dankbar, hat dann gesagt, tatsächlich, hör mal, die Lehre wird anerkannt, du brauchst die 11. Klasse nicht machen, du kannst direkt in den 12. einsteigen. Ja, und dann war ich auf einmal in der Fachoberschule für Gestaltung. Und da wusste ich sofort, da bin ich an der richtigen Stelle. So, und das ist dann also dieses Produktdesign? Nein, das war quasi nur das Fachabitur, dann mit Fachrichtung Gestaltung. Und dann war aber der Käse immer noch nicht gegessen, sondern ich sollte nachher studieren. Und dann mein Vater mich beknetet und ich habe sozusagen ja gar kein Argument gehabt, weil er sagte immer, du musst der Beste sein, wenn du Design oder sowas machen willst, weil wenn du nicht der Beste bist, hast du keine Chance. Und als junger Mensch glaubt man ja so erwachsenen Leuten und das stimmt natürlich nicht. Man muss nicht der Beste sein, sondern man muss nur man selbst sein, weil wenn man das tatsächlich schafft, dann kann man einen Unterschied machen. Und mit diesem Unterschied gelingt einem dann etwas, was dann in der Qualität auch gut genug ist an vielen Stellen. Und dann bin ich erstmal nach Münster gegangen, habe dort Versorgungstechnik zwei Semester studiert und hatte ihm aber versprochen, wenn es nichts ist, dann komme ich auch zurück und breche das ab. Und ich hatte in Münster so viel Langeweile, dass ich wieder gemalt habe, habe zwei Wilder verkauft und dann habe ich sofort beschlossen, wenn das eine so einfach ist und das andere dir so schwer fällt, mach doch das, was dir einfach fällt. Und bin ich zurück, nach Hause gekommen, habe mit meinem Vater gesprochen und er hat das dann auch zähneknirschend akzeptiert. Und dann ist aber leider, das war glaube ich, ich bin im August, September zurück und habe im 1. Oktober in Aachen dann an der FH für Gestaltung angefangen und mein Vater ist im November gestorben. Der hat das also quasi nur einen Monat miterlebt und nie erleben dürfen oder können, dass es auch tatsächlich zu einem Beruf werden kann und dass das auch erfolgreich sein kann. Dieses Produktdesign, gibt es eigentlich überhaupt so etwas wie ein wirklich perfektes Design oder ist es letztlich nicht immer Geschmackssache? Das ist immer Geschmackssache, aber es gibt natürlich Formen, die zeitlos sind. Also es gibt natürlich Klassiker in allen Bereichen, aber natürlich ist Design auch immer zeitlich begrenzt. Und es gilt quasi oder die anerkannte Schönheit oder Qualität hält nur eine gewisse Zeit. So in dem Rückblick fällt einem das dann auch auf, natürlich. Und wie sind Sie dann 1991 ausgerechnet zu Puma gekommen? Ja, gute Frage. Sechs Monate vor Studienende habe ich dann auch gedacht, ja was machst du denn jetzt? Ich hatte einen Abschluss in Malerei geplant und in Zeichnung und wusste, uh, das wird schwer irgendwas da zu bekommen und habe aber gedacht, weißt du was, Sport oder Auto und bin in die Handwerkskammer gegangen, habe dort so einen großen Alma Nacht durchgelesen mit allen deutschen Firmen, habe mir die Sachen rausgeschrieben und habe dann alle Firmen, die es so gab, in dem Bereich angerufen. Und immer wenn die sagten, ach schicken Sie uns mal was zu, habe ich denen was zugeschickt. Und am Ende bin ich dann irgendwann bei Puma tatsächlich gelandet. Das eben damals, wie Sie gesagt haben, ein ganz kleiner Laden war. Ja und dann war das ein kometenhafter Aufstieg dieser Firma und auch mit Ihnen am Schluss waren Sie dann Direktor. Ja, ja, tatsächlich vom Designer zum Direktor. Ja, es war sehr spannend. Ist natürlich auch viel Glück dabei gewesen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch, weil man alles machen musste, war man natürlich Universalist. Das heißt also, so durch die vielen Einblicke wusste ich dann, was nötig war oder was gebraucht wurde. Und knapp unter dem Vorstand. Und knapp unter dem Vorstand, ja. Das wäre die nächste Stufe gewesen. Ist das dann überhaupt noch Design, was Sie da gemacht haben oder war das fast nur noch Management? Das war nur noch Management. Das war ja auch dann ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal bei mir persönlich, weil dieses Management macht natürlich großen Spaß, ist auch super erfolgreich und, und, und. Aber man treibt einen ja davon weg, von dem eigentlich, von dem Grund, wo man da eigentlich mal angefangen hat, was man ja mal machen wollte. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Sinnhaftigkeit verloren gegangen im Laufe der Zeit, weil es nützt einem die nächstbeste, nochmal tollere Kollektion, sage ich jetzt mal. Ich wollte halt irgendwas machen, was einen Wert oder was werthaftiger ist statt Kommerz. Haben Sie Schuhe auch gemacht? Ich habe Schuhe auch gemacht, ja. Wunderbar. Dann wissen Sie auch natürlich als Schuhdesigner, dass es eine Hymne an Schuhe gibt, eine musikalische. Und zwar Sneakers, das wäre ja Ihr Gewerk gewesen, aber Sneakers mit hohen Absätzen. Tatsächlich Jose Feliciano hat ein Lied drüber geschrieben. High Heel Sneakers. 1 zu 1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit Ralf Metzenmacher. Er fand den schnellsten Ball der Bundesliga. War das Ihr größter Wurf, das mit dem schnellsten Ball? Nee, nee, nee. Sondern das war also etwas, wo ich als Fußballer natürlich mein Herz dann an der richtigen Stelle hatte. Mein größter Wurf war ein Schuh, der hieß Speedcat oder der Nachfolger Futurecat. Das waren Pumas größte Verkaufserfolge. Dann, glaube ich, in der Geschichte gab es nie einen besser verkauften Schuh. Und wie kam es zu diesem schnellsten Ball? Aber das möchte ich schon nochmal wissen, die Geschichte. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe ja die ganze Konstruktion und Materialentwicklung auch mit japanischen Herstellern zum Teil oder koreanischen Herstellern gemacht. Und ich wollte immer eine Technologie, die sichtbar ist. Und ich wollte etwas wie einen Matratzeneffekt haben. Und dafür muss man sich natürlich... Einen Matratzeneffekt? Ja, auf dem PU-Material, sodass es eine höhere Geschwindigkeit gibt, die man erzielen kann mit dem Ball. Und meine Idee war halt, wirklich einen schnellen Ball zu machen, damit mehr Tore fallen im Spiel, damit es interessanter ist für die Zuschauer. Und ich bin dann halt auch immer in Pakistan gewesen, wo die Sachen gebaut wurden und gemacht wurden mit dem entsprechenden Material. Bin dort auf der Wiese und im Hof gewesen, habe die Bälle geschossen. Und ich habe die dann alle rausgeholt, habe die alle selbst getestet auch und habe dann später die ganzen Labortests gemacht. Und irgendwie waren wir damals noch Ausrüster von Eintracht Frankfurt und verschiedenen anderen Mannschaften in der Bundesliga. Und jede Mannschaft konnte damit dann auch den eigenen Ball spielen. Ist heute anders, gell? Ist heute anders. Heute ist ein Ball für alle Mannschaften. Und damals hatte jede Mannschaft ihren eigenen Ball. Und wir hatten diesen Ball bei Eintracht Frankfurt. Und die Spieler waren in der Vorbereitung und dann kamen die Leute von der Bild-Zeitung dort vorbei und die sprachen dann. Und da sagte der Torwart damals, der Ball, der ist ja Wahnsinn, der ist so schnell, den kann ich fast nicht halten. Und die sind direkt so, uh, aufgehorcht? Wie? Das gibt's ja gar nicht. Und dann sind die irgendwann bei mir gelandet und hatten dann auch diese Dinge dann kommuniziert. Ist ja ein paar Jahre her, wenn man die Bälle heute anschaut, haben Sie sich den EM-Ball, den aktuellen, schon mal angeschaut? Den habe ich mir angeguckt. Beaujeu heißt der. So ein Ball muss ja auch einen Namen haben. Ist der noch schneller dann, als Sie damals waren? Oder wie hat sich das weitergegangen? Ich wäre mir nicht sicher. Die sind heute ein bisschen anders konstruiert. Dadurch hat man eine höhere Gewährleistung der Rundheit natürlich. Und es geht um Ballkontrolle eher als um Geschwindigkeit, würde ich sagen. Und man muss diesen Ball natürlich dann auch tatsächlich mal spielen. Und das habe ich jetzt noch nicht machen können. Aber es ist ja unfassbar, wenn Sie erzählen, wie viel Entwicklungsarbeit tatsächlich in so etwas vermeintlich Einfachem wie einem Fußball. Ja, ja, ja. Das ist eine eigene Philosophie, die auch vertreten werden kann, beziehungsweise eigene Techniken werden dann angewendet. Und es geht ja auch darum, Balancen zu schaffen. Das heißt also, der Ball muss ja in seiner Flugform ausrechenbar sein, beziehungsweise von guten Spielern zu handhaben sein, so dass der einen Effet bekommt, so dass der gut am Fuß liegt und sowas. Also wir hoffen, dass der Bourgeois auch schöne Spiele macht bei der EM natürlich. Haben Sie sich die Trikots schon mal angeschaut, die aktuellen? Weil da geht es ja dann wirklich nur noch um Design. Oder im Material sind ja wahrscheinlich alle gleich, oder? Nee, nee, das ist es auch. Dann von Ausrüster zu Ausrüster unterschiedlich. Und es geht um Konstruktionen auf der einen Seite natürlich auch und auf der anderen Seite auch ums Design. Also wir haben uns jetzt in erster Linie mal mit dem Design beschäftigt. Und die Kollegin Julia Hecker ist in einen Laden gegangen, wo es diese Trikots gibt und hat sich die mal beschreiben und schildern lassen, was sie auslösen. Also das erste, der große Unterschied zu den letzten Jahren ist der Aufdruck vorne. Wir haben so ein goldenes Emblem mit dem Weltmeisterpokal. Ist eigentlich untypisch, weil wir haben ja eine Europameisterschaft. Aber nachdem wir 2014 Weltmeister wurden, hat man das wieder hier integriert. Dann gibt es aber auch immer noch ein zweites Trikot. Das ist was ganz Besonderes geworden. Deutschland hatte früher schon mal Grün, aber nicht in dieser Art und Weise, wie sie es jetzt gemacht haben mit Querstreifen. Also wenn wir das mal schauen, ich nehme es mal kurz vom Haken und zeige es Ihnen. Auch hier natürlich wieder der Weltmeisterschaft Batch vorne drauf. Aber vorne in Grau und Schwarz gestreift, quer und nur die Ärmel in Grün. Das heißt nicht so prägnant grün. Und das ist eine Besonderheit, die gab es noch nie. Und Sie haben es auch schon gekauft? Natürlich. Ich sehe gerade, Sie schauen sich die Trikots an. Hallo. Wollen Sie sich eins kaufen? Für meinen Mann, ja. Was bewegt einen dazu, in Anführungsstrichen so viel Geld auszugeben für ein Trikot? Weiß ich nicht. Das ist Mainstream. Ich bin Fußballfan und Patriot. Und hat es gepasst? Ja, wunderbar. Nimmst du es? Warum eigentlich? Nicht das klassische Weiße? Ich finde das langweilig irgendwie. Und warum wird es bei Ihnen das Weiße und nicht das schwarz-grau-grüne? Gefällt mir nicht. Ist exotisch, aber die Farbe gefällt mir nicht. Will das Klassische haben, wenn schon. Ja, das Grün, das ist einfach so Tarnfarben für den Rasen. Also wenn die gefolgt wurden, dann bleiben die liegen. Das erkennt der Schiri nicht. Und das weiß, das strahlt ordentlich. Ah, also verschiedene Meinungen ganz offensichtlich. Wobei man sagen muss, ich finde das mit den Querstreifen, das könnte auch eigentlich, könnte fast ein Schlafanzug auch sein. Sind die glücklich? Genau, das hat ein bisschen was davon. Was mir gut gefällt, ist bei diesen Heimtrikots mit dieser, die ganze Schlichtheit, die damit verbunden ist. Und es hat so ein bisschen einen Retro-Effekt. Ich weiß, früher gab es so Baumwolltrikots mit so einem Kragen am Arm und am Kragen. Und das ist sozusagen die Wiederholung und dann die Streifen auf der Seite. Das ist auch in Ordnung. Das ist die Konkurrenz, hören wir halt. Genau, aber jetzt, wenn Deutschland bei der EM spielt, ist man natürlich auf der richtigen Seite. Und bei den anderen Trikots, diese Auswärtstrikots, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sehr modisch auf der anderen Seite. Aber ich finde natürlich das Ganze sozusagen nicht gewagt genug, weil ich kann mich daran erinnern, wir haben bei Puma damals für Kamerun ganz tolle Sachen gemacht und zwar ein einteiliges Trikot. Einteilig? Puma und Trikot zusammen, sodass das gar nicht getrennt war. Und wir hatten ein Trikot gemacht ohne Ärmel, ärmellose Trikots. Und das fand ich sehr innovativ. Das war im Sinne des Sports auch gedacht. Das haben aber wahrscheinlich auch nur die Kameruner mit sich machen lassen. Die, wollte ich gerade sagen, da waren wir froh, dass die dabei waren. Ja, natürlich. Ja, aber Retro ist ja eigentlich genau Ihr Thema. Retro ist genau mein Thema. Also wenn Sie sagen, weißes T-Shirt, weißes Leiber mit einem schwarzen Hand. Aber Ihre ganze Kunst läuft ja auch unter dieser Überschrift Retro. Ja, und die Retro, was ich damit meine, ist quasi die Gedanken der Vergangenheit, die richtigen und wichtigen, ins Heute zu transformieren, zu übersetzen und daraus neue Produkte oder in meinem Fall dann neue Bildsprachen zu entwickeln. Aber das war auch schon die Überschrift bei Puma? Ja, das war auch schon die Überschrift bei Puma. Und ich bin dort halt auf die Suche gegangen nach meinen Vorgängern, die ich selbst nie kennengelernt hatte. Aber die Produkte gab es noch in den Kellern. Und dort bin ich auf ganz tolle Entdeckungen gestoßen. Und die Frage, die sich damit immer verbunden hat, was haben die sich damals dabei gedacht? Weil wir brauchen ja nicht glauben, dass wir schlauer sind als sie früher, sondern die hatten natürlich eine tolle Idee, auch die damit verbunden ist. Und so bin ich auf etwas gestoßen wie eine Puma-DNA, könnte man es beschreiben. Etwas, was so ganz spezifisch für die Marke und für den jeweiligen Sportanstand steht. Und so wurde dann in ihrer Zeit, da wurden aus 98 Mitarbeitern mal schnell 10.000. Also es ist ja unfassbar. Es hat sich aber auch ja, okay, es ist ja dann keine Sportartikelfirma mehr letztlich, sonst ist es eine Lifestyle-Firma, diese ganzen Ausrüster. Und wenn man es dann noch schafft, dass sich eine Stilikone wie Madonna plötzlich mit einer Handtasche fotografieren lässt, die Sie designt haben, ist sowas wirklich Zufall? Ich glaube ja. Also so die, ich kann es mir auch selbst nicht erklären und ich habe damals eine alte Puma-Tasche nämlich genommen und habe daraus ein ganz modernes PU-Material verwendet und habe aus dieser Tasche eine Miniaturtasche gemacht, sodass es eine Handtasche war. Das war ursprünglich eine Fußballtasche auch gewesen. Und wie diese Tasche irgendwie zu Madonna gekommen ist, konnte sich damals auch keiner erklären, aber auf jeden Fall bekam ich aus Tokio eine Zeitung mit Madonna und dieser Handtasche. Und ab diesem Moment gingen die Verkaufszahlen gigantisch in die Höhe. Kann man sich denken. Hier ist Madonna. In 1 zu 1 der Talk mit Ralf Metzenmacher, der dann nach knapp 14 Jahren waren Sie bei Puma-Tasche. Ja, 13 Jahre. 13 Jahre. Dann waren Sie 40 und haben aufgehört. Ja, nach meinem ersten Job dann... Kurz unterm Vorstand. Ja, ja. Mit Live-Kreises? Na, so könnte man ja vermuten. Nein, nein, es gab zwei Aspekte und zwar der eine Aspekt, ich bin gefragt worden, ob ich tatsächlich Vorstand werden will für Produkt und sozusagen meine eigene Planung. Es gab so etwas wie sinnentleert, sage ich jetzt mal, vielleicht war es auch ein Burnout oder sowas in diese Richtung. Und ich hatte ganz viele Büros. Ich war ja in Hongkong, in Taiwan, in London, in Los Angeles, in Boston, in München und überall unterwegs. Und das ist so dieses, wie viel mehr an mehr kann man eigentlich vertragen und will man brauchen? Und wir hatten ja zeitweise 75 Prozent Umsatz, Zuwächse und sowas alles und es war nie genug. Es wurde immer, immer mehr und nie hatte mich jemand gefragt, wie es eigentlich dazu kam. Wir kamen quasi immer wie so ein Marathonläufer auf der letzten Rille durchs Ziel. Und irgendwann habe ich gedacht, das macht gar keinen Sinn mehr. Und es gab eine ganz, ganz starke Negativentwicklung, die ich feststellen konnte auch und zwar den Realitätsverlust beim Vorstand. Und das hört sich ja erst mal komisch an, aber die haben diesen Erfolg tatsächlich nicht verkraftet und haben aus meiner Sicht dann auch strategische Fehler begangen. Und es gab diesen Zeitpunkt, wo keiner mehr Kritik üben durfte, sondern wo nur noch Applausklatscher gefragt waren. Und da wusste man, an der Stelle ist irgendwas schief gelaufen und es macht auch gar keinen Sinn mehr, einen Einspruch zu erheben, weil gegen den lieben Gott darf man sowieso nichts sagen. Was hat denn Ihr Umfeld, Ihr privates Umfeld gesagt, als Sie dann da mehr oder weniger Knallauffall gegangen sind? Die konnten es natürlich nicht glauben. Aber ich hatte eine Idee, ich hatte so eine Vision, ich hatte mir die Frage gestellt, hör mal, wenn du jetzt quasi, du bist jetzt relativ jung noch, wenn du Glück hast, lebst du noch 30 Jahre, du hast keine Schulden, keine Verpflichtungen, keine Kinder, keine Familie und du bist total frei. Wenn du es jetzt nicht tust, dann wirst du es wahrscheinlich nie mehr tun. Und dann kannst du ja nicht davon reden, du willst mal Künstler sein und sowas alles. Nee, ich wollte nicht warten, bis ich Rentner bin, sondern ich wollte was Sinnhaftes machen. Keine Schulden ist ja das eine, aber auf der anderen Seite, wenn man gerade Künstler, hatten Sie damals schon ausgesorgt durch Ihre Jahre bei Puma? Ich habe viel Geld verdient und viel mehr, als ich brauchte im Grunde genommen, aber ausgesorgt natürlich nicht. Ich hatte mir einen Fünfjahresplan hingelegt, das kannte ich ja aus der Geschäftswelt noch und habe mir tatsächlich dann überlegt, wie ich vorgehen wollte und so meine Idee war auf fünf Jahre gestrickt. Aber auf der anderen Seite, auf alle Fälle auch auf ziemlich viel Geld verzichtet, ne? Auf total viel Geld, ja. Ich habe auf ganz viele Aktien verzichtet, freiwillig tatsächlich, das war mit meinem Entschluss, war klar. Wieso auf Aktien verzichtet? Hatten Sie sie oder hatten Sie nicht? Ich hatte sie und mit dem Moment, wo ich dann quasi gesagt habe, ich höre auf, sind die verfallen. Sind die verfallen? Ja, wir haben so ein Bonusprogramm, so ein Managementprogramm gehabt. Das heißt, Sie hatten Rechte auf diese Aktien? Genau. Und man musste immer ein Jahr lang dann noch da sein. Und sozusagen, ich hatte einen Vertrag, wo auch zwölf Monate Kündigungsfrist drin war und sowas alles. Und ich bin dann hingegangen und habe dann gesagt, wisst du was, ich hatte mich sehr geärgert. Da gab es einen Moment, wo wir einen Auszubildenden übernommen hatten. Und dieser Auszubildende wurde natürlich ganz schlecht bezahlt. Und ich war ja für alle Gehälter verantwortlich auch. Und dieser Auszubildende sollte über 200 Euro dann mehr bekommen im Monat, was für ihn wenig war. Für uns als Puma auch total wenig. Und was ich aber wusste war, dass diesem jungen Mann natürlich sehr geholfen würde mit diesen 200 Euro jetzt erstmal auch als Anerkennung für seine wirklich großartige Arbeit. Und dann hat mich der Vorstand, mit dem ich die Sachen besprach, so angeschrien, als ob die Firma ruiniert war. Und mir saß dieser Typ gegenüber und ich wusste, der geht am nächsten Tag hin und tauscht seine Aktienoptionen ein und kassiert Millionen. Und ich soll bei dem armen Kleinen 200 Euro sparen, damit er sich Millionen abholen kann. Und da habe ich gedacht, hier stimmt etwas nicht. Die Leute haben irgendwie den Knall nicht gehört. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was, wenn ihr meint, ihr könnt das alleine, dann macht es doch einfach so weiter. So, und dann also Fünf-Jahres-Plan. Also es ist nicht so das kreative Chaos, dass man sich dann denkt bei einem Künstler, wo man sagt, mein Gott, du wirst erstmal lang ausgeschlafen oder so, sondern schon ein strukturierter Plan, den sie sich da gemacht hatten auf fünf Jahre. Die Bilder auf unserer Homepage sind ein paar davon, bayern2.de, auf der Seite 1 zu 1. Wie würden Sie selbst Ihren Stil beschreiben? Ich würde es als fantastischen Realismus beschreiben. Aber als ich mich entschieden habe zu tun, hatte ich natürlich keine Ahnung davon, wie es werden wird. Sondern ich hatte ja nur ein Gefühl und so eine Idee halt. Und ich musste mich natürlich erstmal dahin begeben, das auch zu visualisieren, erstmal ein Werk zu schaffen. Und da weiß man ja nicht, ob das klappt, weil es kann ja auch in die Hose gehen. Also man hat ja überhaupt gar keine Vorstellung davon, wenn es etwas ja noch nicht gibt, wenn etwas wirklich neu ist, dann auch tatsächlich so funktioniert, wie man sich das erstmal denkt. Und ich habe im Laufe der Zeit tatsächlich eine eigene Formensprache entwickeln können auch. Und ich hatte mir bei Puma schon die Frage gestellt, gibt es eigentlich jemanden, der Retro in der Kunst macht? Und Retro halte ich für die größte Jugendbewegung, die es in der westlichen Welt gibt. Und man findet zum Beispiel ja ganze Wohnzimmereinrichtungen als Kneipen heutzutage in Berlin, in München oder sonst irgendwo. Also es gibt so eine Sehnsucht nach Romantik. Und das ist mir damals bei Puma auch schon aufgefallen. Und diese Sehnsucht nach Romantik ist identisch mit dem Retro-Gedanken auch. Und das ist das, was Sie umsetzen. Und die Frage war immer so, gibt es das in der Kunst? Und da habe ich keinen gesehen, der das machte. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht hat die Welt darauf gewartet, Ralf, also jetzt ohne anmaßend zu sein. Aber mach du es doch. Also zieh du dir doch den Schuh an und sei du doch derjenige, der es nicht so benennt, sondern der es auch tatsächlich macht. So, Sie sagen auf der einen Seite, dass man vor allem das abbilden muss, was man nicht sehen kann? Ja, in meinem speziellen Fall. Und zwar spreche ich vom Stillleben. Und wir kennen ja ganz viele so Prunkstillleben aus der Vergangenheit. Und was damals die reichen Leute gemacht haben, die haben quasi das teuerste und schönste, was sie hatten, malen lassen von den besten Malern. Und je näher das an der Realität war, desto besser wurde der Maler bezahlt und desto größer war natürlich der Besitzer der dargestellten Objekte. Und mit diesen Objekten ging natürlich auch eine Symbolik einher. Aber man kann sich so ganz teures chinesisches Porzellan im 17. Jahrhundert war natürlich unmöglich für normale Menschen überhaupt mal in die Nähe von so etwas zu kommen. Und es gab einen Maler, auf den bin ich in Aachen gestoßen im Museum, der hat nicht den Reichtum der damaligen Welt dargestellt, sondern die Armut. Im Grunde genommen Hartz IV. Und das fand ich total faszinierend. Wenn es möglich ist, tatsächlich so etwas, also einen Spiegel auf die Wirklichkeit im Stillleben zu machen, dann habe ich gedacht, mach du das doch an der Stelle. Es gibt also entweder eben diese Bilder bei uns im Internet, aber man kann sie auch hören. Es gibt Vertonung Ihrer Bilder, habe ich auch noch nie gehört. Doch, Schmarrn, Bilder einer Ausstellung, also bitteschön. Schön, wollte ich gerade sagen, gibt es natürlich auch. Mussolski und Fury in the Slaughterhouse, endlich in einem Atemzug. Ja. Das sind Musiker, mit denen sind Sie befreundet? Ja, ich hatte sehr schöne Begegnungen im Laufe meiner Selbstständigkeit jetzt dann auch. Und ich habe immer gedacht, so ist doch viel schöner, wenn dir nicht professoral jemand ein Bild erklärt, sondern wenn eine Rockband dir das Bild singen würde. Wir hören uns einfach jetzt mal ein Bild von Ihnen an. Die unperfekten Vertonung eines Bildes, dass man sowas mal sagen kann, von unserem Studiobast. Ja. Heute Ralf Metzmer. Jetzt müssen Sie aber schon noch sagen, weil es hat sich jeder Hörer jetzt irgendein Bild gemacht, als die Musik lief. Wie sieht das Bild dazu tatsächlich aus? Ich habe ja am Anfang der Sendung vom Recordo di Tivoli gesprochen und in diesem Bild geht es um Unterschiedlichkeit. Und diese Unterschiedlichkeit ist aufgelöst in dem Bild, was ich gemacht habe. Und meine Methode, die ich anwende, ist tatsächlich die unperfekte Methode, weil nichts ist richtig, alles ist falsch, im Grunde genommen, aber zusammen wirkt es richtig. Oder wirkt es. Tut mir leid, aber ich behaupte, jetzt können sich die Leute das Bild immer noch nicht vorstellen. Oder noch weniger als nach dem Titel. Aber man kann sich es ja Gott sei Dank bei uns im Internet tatsächlich anschauen. Das mit dem Unperfekt habe ich auch nicht verstanden. Sie sprechen von einem Unperfektprinzip als neue Philosophie. Ja. Ja. Und zwar ist das Streben nach Perfektion hinderlich im Sinne der Kreativität und auch im Sinne der Menschlichkeit, glaube ich. Und das, was ich darstelle, ist ein Naturprinzip innerhalb meiner Bilderwelten. Und dieses Naturprinzip ist unsichtbar. Deswegen ist es umso schöner, dass ich es quasi visualisiere. Und es geht dabei um einen chronischen Dualismus. Und um Harmonie zu erzeugen, auch in der Welt, sozusagen, bräuchte man immer einen chronischen Dualismus. Und zwar Perfektion und Unperfektion. Ich habe zum Beispiel bei diesem Feuerbach-Bild auch damals gesagt, wir brauchen nicht nur Gleichberechtigung, sondern auch gleichzeitig Unterschiedlichkeitsberechtigung. Erst dann würden wir eine harmonische Welt kreieren können. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte das jetzt alles verstanden. Es ist auch schwer, wenn man es nicht sehen kann. Nein, jetzt mal nicht von dem Bild, sondern von dem Prinzip, weil Sie sehen es ja wirklich eher als Philosophie. Was ist das für ein unsichtbares Naturprinzip, das Sie visualisieren? Ich nenne es einen chronischen Dualismus. Was ist das? Es sind entgegengesetzte Ansätze, sage ich jetzt mal, die aber miteinander verschmolzen gehören. Und zwar, das, was ich ja gemalt habe, ist diese Unterschiedlichkeit. Und die Unterschiedlichkeit steht... Man kann doch eine Unterschiedlichkeit nicht malen. Entschuldigung, man malt doch keine Unterschiedlichkeit, man malt doch etwas. Und dann noch etwas anderes und dann ist es möglicherweise unterschiedlich. Nein, das steht für die Unterschiedlichkeit. Und zwar gibt es, wenn man Star-Wars-Filme sich anguckt, da gibt es zwei große Mächte, die gegeneinander kämpfen. Das eine ist die dunkle Macht und die ist immer gleich. Dort gibt es Armeen, die alle gleich geschaltet und gleich aussehen. Und dem gegenüber steht die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit. Und es ist immer der Kampf zwischen der Vielfalt, die ist bunt, lebendig und anders, ganz komplett fremd, und dem Gleichen. Und ich glaube, dass das ein Naturprinzip ist. Da würde dann auch Ihr Buch reinpassen, was ja auch diese Überschrift hat. Das erscheint jetzt dann im Sommer. Stoppt den Gleichheitswarn-Thesen für eine pluralistische Gesellschaft. Ja, ja. Und das ist sehr nett, das ist Ansprechen auch. Weil das liegt mir so am Herzen, weil da sind ja zehn Jahre meiner gesammelten Erfahrungen quasi mit reingegangen. Und zusammen mit Stefan Kaußen haben wir das dann rausgebracht. Von Ihnen die Bilder oder? Die Bilder und die Denkanstöße natürlich dazu. Das heißt also, ich habe mich ja mit diesen Dingen vorher beschäftigt und mir dann überlegt, wie ich es darstellen kann, wie ich es malen kann. Deswegen auch Pinselartist an der Stelle. So, da ist also schon ganz viel andere Botschaft auch mit drin. Eben gerade im Sinne von pluralistisch wäre ja dann wieder die Unterschiedlichkeit letztlich. Ja, und vor allen Dingen eine große Vielfalt. Und wenn man Blumenfelder sich vorstellt, ein riesiges Feld mit roten Tulpen ist natürlich auch faszinierend auf der einen Seite. Aber viel schöner finde ich ja eine Blumenwiese, wo lauter verschiedene Blumen und Gewächse zum Vorschein kommen. Und das ist eine ganz besondere Kraft der Natur. Und deswegen ist dieses Pinselartist auch dieser philosophische Ansatz natürlich da. Und ich glaube, dass es sowas in der Form noch nicht gegeben hat. Und Retro ist da, glaube ich, das beste Vehikel, die Gedanken aus der Vergangenheit tatsächlich ins Heute zu übersetzen. Außerdem, ich merke, es geht immer mehr in Richtung Gesamtkunstwerk. Also das ist, abgesehen davon, machen Sie ja auch noch anderes als Schmuck, machen Sie auch noch? Ja, Schmuck habe ich mal gemacht dazu, ja, ja. T-Shirts, ja. Ist da dann wieder die Botschaft, kauf mich? Ja, sagen wir so, als Maler muss man ja auch, oder als Künstler oder Pinselartist muss man ja leben können. Und ich habe immer gedacht, ich mache es mir einfacher, indem ich verschiedene, ich habe einen Konzerngedanken quasi, in Miniatur, um sozusagen natürlich auch davon leben zu können dann mit all den Sachen. Also ist das eher das Brot, die T-Shirts und der Schmuck? Das kommt immer so dazu dann. Aber so, das ist ja, man bräuchte da ja auch Vertrieb und sowas alles. Und das habe ich ja alles nicht, sondern das kann man nur, wenn ich eine Ausstellung mache, dann zum Beispiel erwerben. Naja, aber es ist ja, mit Ihrem betriebswirtschaftlichen und strukturierten Denken und Management, es ist schwer annehmbar, dass Sie sich da einfach nur treiben und inspirieren lassen und nur Künstler sind, sondern Sie haben doch da auch wahrscheinlich wieder irgendeinen Fünfjahresplan oder eine klare Zielgruppe. Die Sachen, wenn ich die kreiere, kreiere ich die natürlich mit einem Gedanken für eine Zielgruppe. Aber die sind komplementär zu dem, was ich in der Kunst mache. Das heißt also, es ergänzt sich. Es ist nur ein anderes Genre dann. Und so geht mir das ja an vielen Stellen. Und ich bringe dann verschiedene Dinge zusammen. Und wenn ich Glück habe, haben die tatsächlich auch immer die gleiche Botschaft dann. Und wie ist die Zielgruppe für das Buch? Ich glaube, es geht an alle, die mit Bildung zu tun haben. An alle Hochschulen, an die Lehrer, an Menschen, die mit jungen Leuten zu tun haben und denen etwas mit auf den Weg geben möchten. Und dieses Buch macht so, wie sagt man, Schatten oder Stellen, die nicht besetzt sind oder zeigen ganz deutlich dann Fehlentwicklungen aus meiner Sicht und auch vom Stefan Kaußen. Und also da ist mir eine Herzensangelegenheit, weil mein Ziel war ja nicht mehr Reichtum, sondern ich will ja etwas vermitteln. Und zwar von dem, was ich mit auf den Weg bekommen habe. Ich will auch gerne jungen Menschen etwas mitgeben, ihnen Mut machen, auch andere Dinge aus anderer Perspektive sich anzugucken, eigene Wege gehen zu können. Du machst auch ganz viel an Schulen. Ich mache ganz viel an Schulen auch. Was sind das für Projekte? Wir hatten zum Beispiel hier in Neuhausen in München an einer Mittelschule mit Migrantenkindern ein Projekt gemacht, 100 Jahre Erster Weltkrieg, aktueller denn je. Und ich habe versucht, die Kinder quasi gedanklich zurückzuversetzen in die gleichaltrigen Kinder vor 100 Jahren. Weil ich glaube, dass es keine wirklich große Entwicklung gibt. Techniken haben sich verändert, aber der Mensch als solcher ist, glaube ich, nicht wirklich anders. Und wir stehen ja auch an einer Schwelle. Wenn man die Gesellschaft und die politischen Entwicklungen wieder anguckt, war, glaube ich, die Gefahr noch nie so groß wie heutzutage. Also eine ganz kritische Auseinandersetzung einfach auch mit der Zeit, auch teilweise mit Konsum, mit Kapital, mit den Marktmechanismen. Würden Sie denn heute noch mal Fußbälle designen, um sie zu Verkaufsschlagern zu machen? Natürlich nicht. Also wenn mich jetzt nicht irgendwas zwingt, das genau noch mal zu tun, würde ich es natürlich nicht mehr tun. Sondern mein Auftrag oder mein selbstgewähltes Ziel wäre, ich sage jetzt mal so etwas wie eine Akademie des guten Willens zu gründen. Und zwar, wo ich verschiedene Menschen aus verschiedenen Genres zusammenbringen würde, die jungen Menschen was mit ihr an die Hand geben. Und ich war zum Beispiel jetzt im April erst bei der Art of Music in Nürnbrecht. Und ich habe dort mit der Grundschule, mit der Mittelschule, mit dem Gymnasium zusammengearbeitet, um quasi jungen Leuten einen Ausdruck zu verleihen. Also sie sich selbst und ihnen zu helfen, dass sie dazu finden dann auch. Und wir haben auch musiziert dazu. Es gab einen ganz tollen Sänger aus Bamberg, auch der Sascha Renier, der dazu gekommen ist, der einen eigenen Song dazu geschrieben hat. Und der dann mit den Kindern das aufgeführt hat und eingeübt hat. Und die Kinder haben das, wo ich normalerweise meine Bilder ausgestellt habe, habe ich gesagt, die brauchen wir nicht ausstellen, sondern wir nehmen die Bilder der Kinder ins Haus der Kunst. Und damit ist natürlich sozusagen ein Selbstbewusstsein gewachsen. Für die Kinder und für die Eltern ganz toll waren die zum ersten Mal im Haus der Kunst. Akademie des guten Willens. Das gefällt mir gut. Also die Akademie des guten Willens, eine andere, findet ja im Augenblick in Frankreich tatsächlich statt. Auch viele Menschen, die da zusammenkommen aus ganz verschiedenen Hintergründen. Wer wird Europameister? Ja, gute Frage. Belgien soll ja der absolute Geheimfavorit sein. Aber bei solchen großen Turnieren halte ich immer für die deutsche Mannschaft und wünsche aber natürlich, dass der Beste am Ende tatsächlich gewinnt. Wunderbar. Vielen Dank für den Besuch. Danke sehr, Herr Schmerzmann. Vielen Dank, Herr Parisius.